Ja, Steine. Was sind Steine? Steine sind grau, hart, vielleicht sogar das härteste. Ja, wahrscheinlich sind sie das härteste der Welt. Wenn nicht, dann auf jeden Fall eines der härtesten Dinge. Sie sind die Grundlage für fast alles. Berge bestehen aus Steine, die Erde besteht aus Steinen. Ja, woher kommen sie? Sie waren vermutlich schon immer da seit dem Urknall, existieren sie auf unserer Erde. Grau, hart, viele denken sie wären nutzlos, aber sie sind der Boden unter unseren Füßen. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir laufen auf ihnen, sie sind unser Boden. Sie bilden unsere Erde, die Oberfläche, wie sie konstruiert ist. Ja, das, also natürlich sind Steine wichtig für uns, weil ohne Steine würden wir keine stabile Oberfläche haben, auf der wir laufen können. Aber Steine können auch sehr wehtun, wenn man sie ins Gesicht kriegt. Ja, ja, im ersten Moment denkt man sich, was willst du von mir? Es klingt einfach so dumm, wenn jemand nach einem fragt, ähm, rede über Steine. Und du denkst dir, was willst du? Stein ist Stein und nichts anderes. Und du denkst dir, was willst du? DinnertICTFE Untertitelung des ZDF, 2020